Heili-Hallöchen, mein Name ist Toxic und dies ist das Road to a Ram King mit mir und Smartbook ist ebenfalls wieder dabei. Ich spiel den Graves im Riot Skin und er spielt den Lee Sin. Im Drachenfaust. Junge. Im Drachenfaust Skin. Lee Sin, ich heiße einfach Sturmborg. Der Grager ist jetzt einfach fast Schlumpf. Ja, oder Schrumpf. Ne, Schlumpf. Okay. Dafür haben wir den Jay-Z wieder krümelt. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, der hat einfach keinen Flash dabei. Der Alistar auch nicht. Der Grager ist auch nicht, okay, der kann irgendwie Body-Slam. Ist zwar nicht so weit, aber... ist gut, glaube ich. Ich schreibe Grüße aus meinem Beigefügten Kleidermügel. Ich verdränge nichts, was fieser ist als du selbst. Oh, ich hab einfach mal in einer Pott gekauft, dass du zu wenig schnell wieder verkaufen. Das hab ich glücklicherweise nicht gesehen. Das wär's für immer auf YouTube verewigt. Vielleicht kriegt man das noch so eine Sekunde drauf, so in Millisekunden. Dann machen die da raus in 10 Stunden Remix. Schulde mich. Hey, ich bin Graves. Ist bei dem jemand auf K? Oder sollen wir aufhören? Wir hören immer das Gedöns bei der Wanne. Nein, da ist der Graves. Ich dachte schon, du kommst an dem Fass vorbei. Okay. Ich habe keine Zeit für dich. Bis dann! Es wird auch echt langsam Zeit für einen NIG-Rake. Ich hätte einfach meine Kennerin nehmen sollen. Hä? Fail. Falsche Taste. Hast du gesehen, wie das geplant war? Wegen mir haben wir jetzt einen Double-Kill. Lol. Und dann nur Kragas-Milch. Verdient. Ich weiß auch nicht warum das so viel ist. Ja, war ich grad ein Scheiß-Much von mir. Ich hab ja auch gesehen... Ich wollte rein die Ehen, aber dann waren die alle schon vor mir und dann hab ich gedacht... What the fuck? Und dann hat die schon eh gedrückt. 2-1, wer hat bei uns die Kills gekriegt? Wohli und... Du. 2-1, was ist denn das so viel passiert? Super, das hat sich jeder in die Hauft befohlen. Ich hab ich mir auch gemacht. Ich bin's Angst, du dich hierher in die Hauft. Ich bin's Angst. Ich bin's Angst. Ich bin's Angst, du du hierher in die Hauft. Das war die Hauft, eine Hauft. Schmerz sympathetic. Ich bin's Angst, mir-Anschmerz kaufen. Wie ist denn das so süß?? Ich bin's Angst, ich bin's Angst. Du in den nächsten Jahren? sehr ruhig dieses game ich brauche höchste Gentiltration Deine Frau ist wie ein Mischpult, weil ein Mic in ihr steckt Mutter Hier gibt es einfach nicht mal Wards oder so Das nervt, die sind einfach übel Wie du dich einfach verlieren lässt Wie du dich einfach verlieren lässt Was hat der Fitness gestern gesagt? Dass Lee Sin ebenfalls ohne Worts total genervt ist hier Ja, der sagt mir noch alles nach Ich bin tot LOL Lass mich zu dir springen, Boody Bear Ich hab mich so kaputt gelacht, wenn du hingesprungen wärst Genau dann die Bombe explodierst Ich bin aber sowieso tot Geht auch nicht Komm, Kragas Niemand geht da hin, niemand will ihn Kragas Wirklich? Was ist das? LOL. War das unnötig? Du bist tot. Das war erneut unnötig. Nee, das war nötig. Versuchen. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne Worts überhaupt ihn rauskicken sollen. Ich habe keine Zeit mehr. Wir haben einfach so einen komischen Ghost. Einfach First Hurricane geht oder so. Wer? Weiß nicht. Du? Geht zwar nicht Hurricane First, aber LOL. Wo bist du heute? Ja, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir Blutklinge zuerst holen. Ich habe jetzt nur Wurz. Und ein bisschen Attack Speed. LOL. Und der Sinch holt jetzt einen. Aufpassen. Worauf willst du hinaus? Ganz ruhig. Ja, die Welche Geistesblicze. Geh weg! Geh weg! Ich bin ja schon weg. Ich wiederum will ich nichts zu tun, ich komm. Ah, fuck. LOL! Hauptsache, der knallt die Bomben einfach nur die ganze Zeit auf mich! Und? Was? Wenn ich wieder da bin, dann schon. Bist du tot? Ja, eine Sekunde. Hopfen wir einen hin? Denk wohlig, Löffel! Licht aus! Will das jemand? Ne, gut, dann nimm ichs. Nein! Scheiße! Wer steht 4-0? Kragas. Ne, der steht 4-1. Hat er sich vertan. Das ist noch sehr knapp, das Spiel. Das ist doch kein Spiel! Du bist tot. Wenn ich nicht gestorben wird, bitte dich. Ich bin nicht zum nächsten Mal. Jetzt bin ich dort. Und ich wollte einfach nur einen Kill. Ich glaub, der letzte Woche hat unbedingt mal einen Heal. Kannst du springen? Ne, warte noch. Ich habe keine Zeit. Danke, Alistar. Wir drängen nichts, was fieser ist, als du selbst. Ich geh einfach schon wieder mal mit drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt erst den Tower jetzt verlieren. Ach, lol. Ja, du musst dich exekuten. Äh, du musst dich holen lassen. Was anderes kannst du nicht machen. Aber wenigstens haben wir den Tower noch. Ist erstmal wichtig. Irgendwas mit Maldiris. Der Zillian bei denen ist nicht so krass. Der bombt dich die ganze Zeit nur zu. Jaja, das heißt ja aber nicht, dass er krass ist. Also der steht nicht krass, meine ich. Ups. Der Jacks ist auch nicht so gut, aber Jacks ist auch scheiße im Anfang. Boah. Ohhhh. Halt sie mit einfach danach Barriere. Ganz ruhig. Oh, ich wollte einfach gerade wegkriegen. Halt sie mit. Gut, den Tower haben wir. Schon mal ein guter Anfang. Alissa, du musst überleben. Warum den Singed? Kannst du mir das mal bitte sagen? Null. Und dann wird der Jacks wiederbelebt. Nice. Ich dachte, ich hätte eine Bombe auf mir. Oh, war der nice. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Der schleunige. Und der Jacks wieder hält das ab, oder? Was war das? Hä, was war das? Hä, was war das? Boah, lol. Und zwar macht der Woddy noch Ulti an, aber naja. Wenn er dann hat, dann hat er dann. Nice. Der Woddy wieder einfach full of damage geht. Okay. Dafür werden wir keinen wirklichen Tank haben. Auch den Alistar. Ja, schön. Okay, ich muss jetzt einfach einen krassen Move machen. Boah, ich hab einfach mal liebes nice Move's gemacht. Ja, wir werden einfach immer nur gewinnen, weil ich schon mal der beste Spieler der Welt bin. Das ist übelst unfair. Nein, ich will nicht sterben. Ha! Du bist überlebt. Nein, Woli weg! Bersilion. Bersilion. Puh, pfu, pfu. Boah, wie extrem krass ich einfach bin. Willst du mich treffen, oder was? Das geht nur 15 Minuten, das Game, aber es kam mir einfach bis jetzt am längsten vor. Das geht nur 15 Minuten, das geht nur 15 Minuten. 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 Loll. Wie krass denkt ihr das denn schon fast? Ich kann einfach zu keinem springen. Wir sind auf alle weggerannt. Schade. Okay, Viertel ist noch klar. Echt? Mhm. Ja, dann ist das irgendwo gewonnen. Irgendwo. Zeit entfernten, Gintas-Version. Werbung, Gintas World. .com. Beste YouTuber EU. Ja, der war nice. Scheiße. Komm, den, den, den Eifer krieg ich noch. Obwohl ich glaub ich schon mir, äh... Das... Blähdorf der Rund ging... Lol, war dein nice was gesehen? Ne, hab ich grad, oh, lol, als wenn, als wenn die jetzt ein Double-Massen gerade ich, deswegen... Der wird übelst. Ich bin so, 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 so. Okay. Okay, fuck. 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 Ich schaust einfach übelst locker. Ach so. Lol. Ich hatte einfach noch Barriere, weil die Oberschaften schafft das. Hör doch nicht auf mich. Es ist besser, wenn wir den kriegen, als dass die den kriegen. Das war natürlich schlau. Ich, beim Gragas denke ich irgendwie, der leckt immer. Also? Okay. Ja, der schmeißt irgendwie seine Barrel und dann steht hier erst mal drei Sekunden drum. Nein, nein. Was macht euch? Ah? Der Blick? Guck mal, für den liebste, wo macht er kein Ente. Ganz ruhig. Das ist einfach so ein Fehler. Sollte ich euch töten. Das ist einfach keiner mehr hier. Ich dachte einfach, ihr unterstützt mich alle. Moralisch seid ihr alle bei mir. Aber es war einfach keiner da. Und kann es sein, dass wir fast immer gewinnen, wenn ich tot bin? Ja, damit ist Graves auch von der Liste in Roads to Arim King. Wir sehen uns das nächste Mal mit eurem Toxic. Tschüss! 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 Tschüss!